Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch vier Trading-Tipps parat, da sollte für jeden was dabei sein. Und wir haben vor allem im Low-Budget-Bereich sehr, sehr gute Tipps am Start. Deswegen Freunde, bevor das Video beginnt, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und mich auf dem Weg zu den 500 Abos unterstützen wollt. Ja Freunde, wie schon im letzten Video erwähnt, haben wir jetzt die FUT16 SPC bekommen. Und es ist tatsächlich Henderson in der SPC, so wie ich es auch predicted habe. Hier seht ihr es, ZM, Liverpool, England, die SPC Highs FUT16 und wie gesagt, auf dem FIFA 16 Cover hatten wir auch mal einen Henderson drauf. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Links zu Henderson wieder gut angestiegen sind. Wir hatten zwischenzeitlich Milner bei 3K, glatt um 19 Uhr. Ihr wisst, FUT1 billet sowas nie exakt ab. Genau dasselbe konnte man bei Oxlade Chamberlain beobachten. Der war etwas günstiger, das liegt daran, dass nur ein 75er Rating gefordert wurde. Was jetzt sehr unüblich ist, bei den SPCs davor hatten wir immer so ein 80er Rating. Deswegen sind die Preise jetzt auch nicht so krass angestiegen. 3K Anstieg ist immer noch ein guter Profit. Aber mit einem höheren Team Rating werden die Preise auch nochmal höher angestiegen. Und ja Freunde, damit machen wir wieder weiter. Auf dem FIFA 17 Cover ist Marco Reus drauf. Das bedeutet, in der nächsten SPC, in der FUT17 SPC, wird Marco Reus drin sein. Und das bedeutet für uns, dass wir Spieler, die einen Link zu Marco Reus haben, einkaufen werden. Das bedeutet, am besten Dortmund-Spieler, die einen Link zum Mittelfeld haben. Zum Beispiel rechts Mittelfeld Wolf, kostet gerade 750 Münzen. Den kriegt ihr aber bestimmt auch billiger. Can ist meiner Meinung nach zu teuer, in den würde ich nicht reingehen. Brand ist aber noch unter 1000 Münzen. Den kriegt ihr auch locker für 800, 850 Münzen erboten. Dahoud ist bei 1000 Münzen. Wenn ihr den auch etwas billiger bekommt, wäre es sehr gut. Und ihr könnt auch mal einen Schmelzer riskieren, falls das Team Rating wieder so niedrig sein sollte. Wie jetzt bei der FUT16 SPC. Weil dann werden vermehrt Silberspieler verbaut. Und Schmelzer ist einer der wenigen Silberspieler von Dortmund. Deswegen würde der auch sehr gut im Preis steigen. Ansonsten packt ihr euch noch deutsche Spieler aus der Bundesliga ein. Zum Beispiel Arnold, der ist gerade bei Abstoßpreis. Kruse hat jetzt auch keinen hohen Preis. Auch hier eventuell mal den ein oder anderen seltenen Silberspieler mitnehmen. Mit einem 73er, 74er Rating. Könnte sehr gefährlich kommen. Und was ich euch auch noch empfehlen kann. Schaut mal nach deutschen Non-Rares aus anderen Ligen. Weil bei diesen SPCs werden immer mehrere Ligen gebraucht. Bei der FUT16 Challenge sind es zum Beispiel mindestens drei Ligen. Und da bietet es sich natürlich an, dieselbe Nation aus verschiedenen Ligen einzubauen. Also zum Beispiel ein Engländer aus der ersten englischen Liga und ein Engländer aus der französischen Liga oder so. Deswegen schaut mal die türkische Liga, die hat zum Beispiel einen Perfect Link im Sturm. Die könnt ihr euch auf jeden Fall einpacken. Oder hier zum Beispiel Amiri spielt in der Serie A. Weigl spielt in der portugiesischen Liga. Und bevor ihr jetzt aber investiert, hört mir kurz zu. Diese Spieler, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die werden heute im Laufe des Tages steigen. Aber die FUT17 SPC, die wird höchstwahrscheinlich heute nicht rauskommen, sondern erst übermorgen am Freitag. Das hat folgenden Grund. Die FUT16 SPC, die ist jetzt nicht am Dienstag rausgekommen, so wie es eigentlich sein sollte. Sondern erst am Mittwoch. Und es liegt daran, dass die UEFA Toppatine rausgekommen sind. Und dort ist ein Token drin. Ihr seht jetzt beim Liverpool Spiel ist ein Token drin. Und heute kommen ja die ganz normalen Toppatien. Und ich vermute sehr, sehr stark, dass heute in einer Partie von den Toppatien auch wieder ein Token drin sein wird. Und deswegen die FUT17 SPC nicht heute, sondern erst morgen rauskommen wird. Das bedeutet, alle Spieler, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die werden heute im Laufe des Tages bis 19 Uhr steigen. Und dann sehen die Leute, um 19 Uhr kommt die SPC nicht. Die werden wieder fallen. Was macht ihr jetzt? Ihr kauft nicht heute Vormittag, heute Nachmittag. Ihr kauft heute Abend. Ich bin mir zu 98% sicher, dass die FUT17 SPC nicht heute, sondern morgen kommen wird. Wenn sie trotzdem heute kommt, dann tut es mir leid. Aber ich denke mal, ihr könnt diesen Gedankengang von mir nachvollziehen. Und deswegen bin ich mir auch eigentlich sehr, sehr sicher, dass die FUT17 SPC jetzt erst morgen kommen wird. Okay, wir sind jetzt vorbereitet auf die FUT17 SPC, die jetzt vermutlich am Freitag kommen wird. So, da stelle ich jetzt aber die Frage, wie können wir heute im Laufe des Tages traden? Und dafür schaut ihr euch mal die Preise von den Gold Non-Rays aus der Bundesliga an. Jeder einzelne Gold Non-Rays aus der Bundesliga kostet 650 Münzen. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie heute Richtung 19 Uhr sogar noch teurer werden und Richtung 800, 850 Münzen gehen. Deswegen könnt ihr jetzt zwei Sachen machen. Entweder ihr bietet hier auf jeden einzelnen Spieler 350, 400 Münzen. Ihr werdet sogar die meisten bekommen. Ihr seht, hier bieten nur sehr, sehr wenige Leute mit. Dann stellt ihr die Spieler sofort für 650 Münzen drauf und habt eure 200 Münzen Gewinn. Oder ihr bietet euch die Spieler oder kauft die sofort, wie ihr wollt. Das macht ihr jetzt, nachdem ihr das Video gesehen habt. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ich hoffe nicht zu spät. Das Video kommt ja um 12 Uhr online. Ich sag mal, wenn ihr jetzt direkt um 12 Uhr einkauft, sollten die Spieler immer noch so bei 600, 700 Münzen sein. Und dann stellt ihr die Spieler jetzt schon überteuert für 800, 850 Münzen drauf. Weil, wie gesagt, bis 19 Uhr werden die auf jeden Fall noch steigen. Deswegen erbietet euch hier die Non-Rays für 400, 450 Münzen. Und stellt ihr dann UV für 750, für 800 Münzen drauf. Dann habt ihr pro Karte fast 400 Münzen Gewinn. Okay, wir haben jetzt viel über die FUD 17 SPC geredet. Wie gesagt, heute kommen aber noch die Top-Partien. Und da können wir natürlich auch nochmal dick investieren. Wie bereits erwähnt, ist in den Top-Partien auch immer ein Token versteckt. Und der Token ist meistens in der allerersten Partie. Und die allererste Partie ist immer die schlechteste Partie. Die Spiele, die ihr hier seht, die werden wahrscheinlich drankommen. Es ist kein offizieller Leak. Aber sollte ein offizieller Leak rauskommen, ich haue es sofort in die Insta-Story. Damit ihr direkt investieren könnt. Deswegen lasst ein Follow auf Insta da, damit ihr da nichts verpasst. Und wenn die Top-Partien wie hier in dem Bild gezeigt kommen, dann wird der Token in dem Spiel AZ gegen Twente sein. Das ist ein Spiel aus der niederländischen Liga und da zeige ich euch mal ein paar Investments. Also Freunde, wir haben natürlich die Spieler von Twente und von AZ. Am besten holt ihr euch hier die Silber-Spieler bis maximal 450 Münzen. Hier findet ihr auf jeden Fall einige Spieler. Die Spieler von Twente und von AZ, die werden im Hype bis 19 Uhr auf so circa 900 bis 1000 Münzen steigen. Danach werden diese Spieler aber wieder ein bisschen fallen. Weil in den Anforderungen nur ihre Devise-Spieler gebraucht werden. Und nicht explizit Spieler von diesem Verein. Packt euch deswegen nicht nur Spieler von AZ und von Twente ein. Sondern generell auch ihre Devise-Spieler. Hier seht ihr nochmal eine Liste. Da sind sehr, sehr viele Spieler dabei, die bei 300-350 Münzen sind. Versucht da am besten die Spieler mit einem etwas höheren Rating zu bekommen. Hier zum Beispiel der 72er Vlap. Der Fleming hat auch ein 72er Rating. Oder hier zum Beispiel 74er Thomas für 400 Münzen. Die könnt ihr euch alle einpacken. Und im Hype zwischen 17 und 19 Uhr könnt ihr die Spieler schon easy fürs Doppelte verkaufen. Wie gesagt, das Spiel Twente gegen AZ muss nicht kommen. Es ist nur eine Prediction. Sobald es offizielle Leaks gibt, werde ich euch die in die Insta-Story hauen. So Freunde, wir hatten jetzt sehr, sehr viele Low-Budget-Trading-Tipps. Jetzt gibt es auch nochmal was für die Leute, die mehr Coins haben. Wir sind aktuell noch in der Food Birthday-Promo und wir haben noch keine Party-Back-SBC bekommen. Ich rechne sehr stark damit, dass wir noch mindestens eine Party-Back-SBC bekommen werden. Und meistens wird bei der Party-Back-SBC ein Inform gefordert. Und diese Anforderung lässt immer die Informs sehr krass in die Höhe schießen. Deswegen dringende Kaufempfehlung. 81er Informs kriegt ihr hier schon für 10k. 82er kriegt ihr für 11k. 83er kriegt ihr für 12k. Sogar die 84er Informs kriegt ihr noch für 12k. Sobald eine Party-Back-SBC kommt, werde ich diese 84er nicht bei 12k sehen, sondern bei 16, 17k. Ich habe aktuell noch 1,8 Millionen. Ich denke mal, ich werde mit einer Million safe in die Informs reingehen. Ja Freunde, das soll es mit dem Video für heute gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut Leute, haut rein und ciao ciao.